hallo 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 das ist nichts neues wir haben es noch mal drücken so kombinieren hast du es auch gerade nur auf links ja ja hause ja jetzt jetzt Ich hab wenigstens mit dem ja die ganzen Bösen kaputt gemacht. Was für Mösen? Die Bösen. Keine Möösen. Warte, du kannst die Wiesungen nachladen. Zwei Schuss. Dann hast du wieder mehr Platz. Und du musstest auch die Fruchtmitte wieder nachladen können. Das waren sogar fünf Schuss. Bist du zufrieden? Nein, ich hab nicht nachgeladen. Was willst du kaufen? Okay. Das verändert sich nicht. Also, dass du verkauft was du verkaufen kannst? Nein. Was willst du verkaufen? Was willst du verkaufen? Was willst du verkaufen? Spinellis. Ist das alles? Ist das alles? Vergasmus, wenn du das sagst. Ja. Und speichern. Ja. So. Ashley ist endlich weg. Jetzt können wir wieder Spaß haben. Aber er steht zu voll. Er steht zu voll. Er macht aber Spaß. Wer für dich wahrscheinlich? Dir nicht ab und zu? Nein, ich wollte sie ja nicht. Guten Abend. Ich hab uns in der Arsch oder so aus Versehen. Und dazu, dass wir sie wegsprengen. Das warst du. Das warst du. Na, ich glaube, das ist mit dem Wegschirm aber schlecht übertreben. Der Scheiße. Was ist hier auch so blöd? Es war piep piep piep. Und zieh. Mach dich einfach mal hin. Ja, trifft er nicht mal seinen Schädel. Was ist das nächste Gebiet? Ist das das nächste Gebiet? Ich weiß es nicht. Warum weißt du es nicht? Weil ich erst einen Anruf bekommen. Von Slytherin. Ach ja. Wenn du ihr auch nur ein H gekrümmst. Du hast X gedrückt, oder? Ja. Spreche ich dir sämtliche Knochen. Erstmal musst du es schaffen. Nein. Erstmal musst du es schaffen herzukommen. Ich warte. Okay. Ich dachte, dass wir... Guck mal. Ding Dong. Ding Dong. Shit. Falls auch er wusste, wo die langen Spazier. Shit. Da oben ist was. Ja, ich weiß. Das hab ich glaube, das war runtergeschossen. Da oben ist was. Sag ich doch. Da oben ist was. Nicht schon wieder. Piep 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 piep. Nicht schon wieder. Bleiben sie da. Was für eine Angst. Was für ein Schuss. So. Weißt du was lustig wäre? Wenn der nachher wirklich seines Sniper-Auschuss fehlt? Für irgendwas. Ja da kann ich nicht drauf. Stopp. Hör auf zu Khorhesslon! Schießt mit einem Pistol drauf. Oder mit Schrotlitzel. Das ist die Magnum. Nein, die wird für den Boss benutzt. Die macht sowieso ich. Da kommt Schrot. Piu! Piu! Treten! Ich laufe doch jetzt nicht auf die Brücke. Treten! Piu! Mann. Was sollst treten, wenn ich treten sage? Das wäre bescheid, wenn ich auf die Brücke laufen würde. Wenn da hinten... Ähm... Katapulte stehen. Wir wollen Zuschauer und das ganze Spiel zeigen. Komm! Ein Katapult weniger. Welche Zuschauer. Genau. Wir müssen echt mal lernen, öfters aufzunehmen. Aaaaaaah! Au! Bastard! Wie? Ich wollte dir gerade sagen, du hast geflogen. Hm. Hehehe! Du scheiß Lustpilz! Ich will das... Heiesta! 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 Mexikaner! Heiesta! Heiesta! Das war dumm! Wie? Durch den Stein? Hä? Er hätte anscheinend so fallen gelassen. Schade. Hey! Da war ein zweites? Da war ein zweites was? Keine Ahnung. Anscheinend. Kann ich das kaputt machen? Nein. Was will ich jetzt hier oben? Besser wechseln einfach. Ich glaube, ich habe nur Züge gesehen. Komischerweise, der wer aktiv spielt, sieht das meiste nicht, oder? Ja. Da ist eine Falltree unter dem Liebwesen. Ja, kann das schon fallen. Das war echt eine billige Falle. Das ist keine Falltree, das ist eine Leiter. Ich meine, die Falltreeht trotzdem bildlich aus. Das ist keine Falltree. Was heißt eine Falltree? Ja, weil das auffällig aussah. Deswegen ist eine Falltree unter mir. Warum ist nicht runter? Weil ich nicht runter will. Angst? Potzer? Heute nicht. Warum machst du das gerade mit ihm ab? Hey! Das ist alles aber davon schon gekommen. Pst! Ah! 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 Dir fällt was ein? Okay, ja. Du musst runter? Nein. Du willst nicht runter? Ich muss runter. Ich muss aber die Uhr zum Laufen bringen. Hey! Hinter dir! Ja, ich pass. Du willst gerade. Na, hast du lesen. So! Ritualvorbereitung. Dank dem Einsatz des Novistadors konnten wir Ashley fangen. Wir bereiten uns so schnell wie möglich aufs Ritual vor und nehmen Ashley als Mitglied der Las Inolimano auf. Der Will kann sich, während wir uns vorbereiten, um unseren amerikanischen Freund kümmern. Wir können unseren Freund wenigstens eine Zeit lang aufhalten, wenn wir die Zahnräder im Urenturm blockieren. Wenn wir sie an drei Stellen blockieren, müsste die Zeit reichen, um uns aufs Ritual vorzubereiten. Es geht! Äh, jetzt geht! Und unterhaltet unsere Touristen. Die Bundesregierung überlegt, eine bundesweite Nächtlich-Ausgangssperre einzuführen. Wer kennt sie nicht? Die zügellosen Outdoor-Raves in den lauen Januar-Nächten. Ähm. Werden wir mal was machen sollen. Was machst du überhaupt gerade? Ich hab ja schon geschaut. Hast du auch was verkackt gerade? Nein ich komm zum Ziel nicht ran. Wie ist hier? Zum Zielen nicht ran. Ich hab nicht geschaut, ob du die zählst. Auf Holzblöcke. Achso. Jetzt einfach weiter um. Auf eine Etage um zurück und dann schießen. Ich hätte es übrigens fasziniert, wie schnell sie es schaffen, so viele Infos irgendwo bereit zu legen. Okay. Leon. So, jetzt müsste es klappen. Yay. It's moving. Und jetzt der Banturon aus Gilder Marz. Das ist eigentlich schon gesiegt. Was? Okay, nochmal das 1 in Phantom. Punkt. Punkt. Ich weiß nicht, welche zu finden. Auch hier hast du das Video und zu viel. Und die Auslösung zu viel. Und der Profi-Modus. Das hat mich etwas angeschrieben. Die fehlt eine ganze Menge, mich hier nochmal zu 1. Wahrscheinlich weiter um. Wahrscheinlich weiter um. Hier einfach runter und lass dich überraschen. Schmeiß? Schmeiß der Kanate runter und so. Schmeiß der Kanate runter. Wo ist das nicht passiert? Nein, ich bin gerade durch den Typen durchgerannt. Das ist gesprungen, ehrlich gesagt. Hat er sich geschossen? Man schießt nicht bei der ganze Zeit Pfeile? Ja, da oben. Sind die behindert? Nein, die sind mal nur hinein. Also behindert. Au! Nein! Das war der dumme Gefuhr von dir. Du kannst doch untergehen dem Ding. Matalo! Du konntest dem Ding nach uns eingehen, das weißt du? Krapau! 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 Meine Schrotplatte. Ist mir sowas für scheißegal, du machst auch immer meine Sniper weg. Aber nicht in Wagnung. Wo kommen die ganzen Gegner eigentlich hier? Ich hab die Brücke weggemacht. Warum hast du den hohen Turm praktisch da die Unteretage untersucht? Stimmt, da ging es noch runter, das muss ich jetzt nicht machen. Das ist halt drei Beine, falls du auch sein wirst. Ja, aber die muss ich jetzt hin. Die ist noch nicht drin. Ich hab schon in deine Fresse geschossen. Was soll das machen? Wie? Wie? Wie, wie? Guten Abend, guten Abend. It's getting dynamite. Au. Das war dumm halt. It's getting dynamite. Er hat seine Waffen schon verloren. Hm, eine Handkanade. Da oben liegt der Oben. Au. Ja, da oben liegt was. Au. Fick dich. Wieso lebe ich noch? Ach, fick dich doch hart ins Knie, du Arsch. Das war klar. Irgendwas ist da kaputt gegangen. Ich richte es noch 5, ich bin nicht vor. Noch 5, ich bin nicht vor. Noch 5, also du bist noch Maximum. Äh, nein. Sondern? Noch ein paar mehr. Ja, ich glaube der Dynamithand hat sich selbst umgebracht. Und da ist anscheinend irgendjemand zu doof gewesen runter zu plättern. Du bist doch echt ein Vollidiot. Was? Du stürst, Bandlingbeiner, überlegst mit einem Mini-Kritzen am Leben und weckst sich die Gegner auch selber um, ne? Das ist doch echt. Aber warum jemand, dass ich so'n scheißlacker bin, ne? Da muss ich schon bei uns beiden nennen. Ich verlasse mich auf dein Glück. Tu nicht. Ich bekomm's einfach. Was? Ich bekomm's einfach. Ja. Ja, außer es ist wichtig. Sie ist mehr Spaß letztens. Matala! Matala! Raketenwerfer. Katapult! Man, wie soll der dritte nix betroffen? Weil der dritte schlau war. Aber ist das ne Scheißmaschine? Ja. Weil jetzt kommt der Boss. Wenn du dir noch drei Minuten hast. Es kommt nicht der Boss. Es kommt nicht der Boss. Es kommt erst nach, glaub ich, ein anderes Gebiet. Mann. Äh, hi. Ups, ich hab's übersprungen. Mann, du bist doch Mann, oh. Ja, der ist halt natürlich ein Hinwerfer. Ihhh. Es lebt noch. Es lebt immer noch. Alter. Stirb. Und dann ist er auch. Ah! Ah! Hinter mir kommen auch Leute! Äh... Ah! Ein Dreier? Nein. Nein! Meine Schussplätze! Hier ist fast leer, übrigens. Ich weiß, deswegen ja gerade. Das war das Glückste von dem Vollidiot. Hey! Waaah! Au! Okay. Ich muss eigentlich mal kippieren. Er lebt immer noch. Oh! Wieso lebt er noch? Also wieso ist er noch da? Ja! Oh! Der hat ein Gold anraubt getraut. Hey! Ähm. Kann ich das noch irgends nachladen? Hättest du dann im Dreier nicht sterben können? Nein. Doch! Beim Dreier hab ich überhaupt keinen Schaden bekommen. Warum der Minwerfer? Ist das ein Nachladen? Nein. Ich weiß. Weil du mir so empfällst. Ich hab' ich überhaupt keinen Ritter mehr. Äh. Wie lange hab ich's noch? 30 Sekunden. Dann geh ich nochmal speichern. Dramatisch recht. Ich kann nicht, dass das ein Gegner-Mäuten kommt, oder? Nee. Also bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Part. Ciao. Ciao. Dann kriegt er wieder den Boss. Mal wieder. Obwohl er hat noch ein bisschen durchgegangen. Und dann hat er den Boss. Ja. Ciao. Ciao, ciao.